Und möglicherweise wird ihm diese Praxis zumindest das einbringen, dass er bei den nächsten Partien ein bisschen besser, postiert ist, ein bisschen besser auf der Hut ist. Außer. So, und Hoffmann klärt's. Wunderschönes Mal. Unglaubliches Ding. Vom René Beuchel dem Kapitze. 82. Minute. Ein wunderschönes Ding. Oh, da hat er den Frankfurtern, die ihn einst weggejagt haben, quasi gezeigt. Freunde, ich kann doch Fußball spielen. Und Bröll ohne Chance. Sieht ihn spät, den Ball. Und Dresden ist nochmal dran. Und wir erleben eine, da bin ich mir jetzt ganz sicher, richtig dramatische Schlussphase. René Beuchel. Erstes. Saisontor. Für den Käpt'n. Und Dresden wird jetzt kommen. Da ist er, der Beuchel. Und da ist Wannsee. Und da ist Wannsee. Vielen Dank.